Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 17.200 US-Dollar. Wir hatten einen ordentlichen Pump. Ist jetzt möglicherweise Crash-Zeit. Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Auch gestern gab es wieder ein Signal, was in den ersten Take-Profit gelaufen ist. Also auch herzlichen Glückwunsch daran. Kommt da gerne rein. Und ansonsten fangen wir jetzt direkt an mit dem Video. Man hört es, ich bin immer noch übel erkältet. Also verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal ein paar Aussätze habe. Aber gut, ich ziehe durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 17.200 US-Dollar. Wir hatten unseren Pump in die Ineffizienz hier oben. Nummer 1 wurde gefüllt. Nummer 2 wurde perfekt abgeholt. Und wir sind dann bis auf knapp 17.400 US-Dollar gekommen. Daraufhin gab es einen kleinen Abverkauf heute Nacht. Bis auf ungefähr 17.140 US-Dollar. Aber wir ziehen uns ganz kurz mal das FIP-Level von unten bis nach oben. Da sehen wir auch, okay, wir sind nicht ganz ans Golden Pocket rangekommen. Jetzt gilt es erstmal daran, ist es möglicherweise nur eine kurzfristige Korrektur oder versuchen wir hier wirklich noch diese 17.600 US-Dollar einzuleiten. Für mich persönlich, vom Volumen her, könnten wir auf jeden Fall diesen Bereich hier oben nochmal holen. Es ist nicht ganz ausgeschlossen. Der RSI war einfach absolut übergekauft. Also da war auf jeden Fall eine Korrektur erstmal fällig. Und sonst, auf dem 1-Stunden-Chart sieht man es ganz gut, hier liegt schon noch einiges am Volumen hier oben. Also es ist nicht unwahrscheinlich, wenn wir uns einfach nochmal diesen Bereich hier oben holen würden. Oder sogar in den Bereich der 17.600 US-Dollar vorstoßen würden. Auch da ist momentan ein Signal in der Gruppe. Da warten wir aber noch drauf, dass wir in das Golden Pocket eben reinkommen. Müssen wir mal gucken, ob sich das möglicherweise ausspielt. Aber momentan ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir zumindest noch das Golden Pocket erreichen und hier dann zumindest eine größere kurzfristige Korrektur sehen. Wohin kann das gehen? Wir haben weiterhin unsere Vector Candles hier unten bei dem Bereich der 17.000 US-Dollar, also 16.950 US-Dollar, 1-Stunden-Demand-Zone, Vector Candle und unsere ehemalige Rage, die wir schön impulsiv nach oben hin durchbrochen haben. Gleichzeitig war das auch hier noch unser Downtrend von unserem riesigen Falling Wedge. Das ist diese gelbe Linie, die wir jetzt auch noch oben hin verlassen haben. Auch wenn das nicht wirklich mit sehr, sehr viel Volumen stattgefunden hat. Also da hätten wir deutlich mehr Volumen haben müssen, meines Erachtens nach. Ist nicht wirklich toll. Aber gut, wir warten jetzt erstmal mal ab, wie das jetzt weitergeht. Für mich wichtig, wenn wir hier oben drüber schließen, über diesen 17.400 US-Dollar auf dem 4-Stunden-Chart, sieht es gut aus, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen höher steigen könnten. Ansonsten bilden wir hier einfach nur ein höheres Hoch. Hoch, das heißt ein korrektives Hoch. Das zeichne ich mal ganz kurz ein. Kurz einen Moment. Heißt, wir kriegen hier nur ein Wig drüber, schließend runter. Dann denke ich, dass wir hier eine größere Korrektur sehen. Zumindest in dem Bereich der 16.900 US-Dollar. Und dann können wir uns das Golden Pocket erst einmal abschmieren. Gut, das war es eigentlich so zu Bitcoin. Wir können mal ganz kurz gucken noch auf dem Daily-Timeframe, wie es da aussieht. Ich versuche das relativ kurz zu halten heute einfach. Da sieht man auch ganz schön, wir machen mal ganz kurz hier das FIP-Level wieder weg, dass wir ausgebrochen sind in schon der zweiten oder dritten Candle jetzt mittlerweile. Volumen nicht schön. Und das ist eben das, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin. Für mich persönlich gilt es jetzt erstmal, dass wir uns zumindest die Ineffizienz hier oben noch holen bei den 17.600 US-Dollar. Dort, wo halt auch das Golden Pocket liegt, schließen wir hier drüber den schönen Daily-Candle mit mehr Volumen und allem drum und dran. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das dann wirklich ein schönes Breakout wird. Ansonsten werden wir hier rejected. Wird wahrscheinlich hier sehr wahrscheinlich die Gegenreaktion nach unten hin folgen und möglicherweise sogar bis 15.000 US-Dollar nochmal runtergehen. Also es ist noch nicht ausgeschlossen, dass wir hier die 14.000 oder 15.000 US-Dollar sehen. Ich schließe es auch momentan noch nicht aus. Dafür fehlt uns einfach noch das Hoch. Theoretisch könnten wir sogar bis 20.000 US-Dollar hoch und wir werden immer noch bearish, weil wir kein höheres Hoch kriegen. Das müssen wir hier oben unbedingt bei den 21.500 US-Dollar holen. Ansonsten sind wir weiterhin tief in den Bear-Markt und es hat sich nichts an der Situation geändert. Dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier habe ich ja gestern noch das Setup in die Gruppe gepostet. Ich habe ziemlich lange gewartet, nachdem ich vorher noch geschrieben habe, ja, ich weiß noch nicht so wirklich mit Entry und sowas. Wir sind dann doch reingegangen bei 1.340 US-Dollar, haben so ziemlich das Top sogar erreicht. Herzlichen Glückwunsch dafür. Erster Take-Profit wurde dann auch gestern noch erreicht bei 1.320. Der zweite bei 1.310 wurde noch nicht erreicht. Kann aber noch kommen. Stop-Loss ist jetzt Entry. Wir warten jetzt hier erstmal ab. Wir sind jetzt auf jeden Fall in einer größeren Widerstandszone angekommen. In welcher genau? Sieht man hier. Wir hatten hier immer wieder Probleme, hier drüber zu kommen, bis auf 1.346 US-Dollar. Deswegen auch das Setup hier, das wir auf ungefähr 1.360 oder so Luft haben. Sind nicht drüber gekommen, wurden hier wieder rejected. Und deswegen jetzt erstmal die Gegenreaktion. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich kann mir immer noch vorstellen, dass wir nochmal ein höheres Hoch hier eben machen, um die Liquidität hier drüber abzugrasen. Weil da kam schon noch sehr, sehr viel Short-Liquidität rein. Das heißt, im Laufe des Tages, die 1.350 sind nicht abgeschrieben. Und dann eine größere Korrektur, zumindest in dem Bereich der 1.280 US-Dollar, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hier liegt das Golden Pocket, hier liegt eine Ineffizienz. Das sind so die Bereiche, die halt immer gerne vom Kurs immer angelaufen werden. Deswegen würde ich hier jetzt erstmal abwarten, noch mit einem neuen Short. Sobald wir hier ein höheres Hoch kriegen, wieder mit tieferen Schlusskurs. Das ist halt das ganz, ganz Wichtige. Kriegen wir das rein, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, nochmal hier eine neue Short-Position aufzubauen. Ansonsten, Update zu der anderen Position, die von 1.153, die läuft weiterhin mit 75% hinzu. Die andere Position haben wir mittlerweile alle geschlossen im Profit. Gut, dann, ja, sollte es eigentlich von meiner Seite gewesen sein, wenn ich möchte, dass sie sich zu lange in die Länge ziehen. Wir gucken noch ganz kurz auf die News rein. Bernmarkt CES 2023 sieht einen starken Markt für Bitcoin und Co. Ja, bin ich mal gespannt. Also, der Januar startet schon mal auf jeden Fall gut. Schauen wir mal, wie der Rest so startet. Aber gut, heute, ich glaube um 15 Uhr ist noch Paul-Rede. Das könnte nochmal ein bisschen Bewegung in die Märkte reinbringen. Aber gut, warten wir mal ab. Der Markt macht die News, nicht die News machen, den Markt immer bestätigen. Gut, und dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Man hört es. Ich hoffe, ich bin morgen wieder einigermaßen fit. Aber gut, was wir machen, gehört halt dazu. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Gerne einen Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.